Herzlich willkommen bei Nehmann. Mein Name ist Vincent Kronzhagge. Ich bin hier zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Was uns eigentlich auszeichnet, ist eine große Produktvielfalt, die wir dem Kunden bieten, eigentlich für jeden Bereich. Und wir möchten einfach dem Kunden auch die Möglichkeit geben, dass wir ein Wohnerlebnis schaffen, was den Kunden inspiriert. Und wo der Kunde wirklich nach Hause geht und sagt, da habe ich wirklich für jeden Bereich was gefunden, mich inspirieren lassen. Wir befinden uns hier in unserem Weihnachtsmarkt, den wir speziell für Sie zu Weihnachten aufgebaut haben. Hier findet man alles von Lichterketten bis hin zu Kugeln und Kerzen und alles andere, was man zu Weihnachten einfach noch braucht. Was dieses Jahr dazu gekommen ist, ist noch so eine kleine Miniaturwelt, die man bei uns im Gartencenter anschauen kann. Wo wirklich kleine Winterlandschaften geschaffen worden sind, die auch gerade unsere kleinen Gäste dankend annehmen und sich darüber freuen. Also was viele nicht wissen, wir bieten neben der Küchenplanung auch eine komplette Wohnzimmerplanung an. Das heißt, der Kunde kann zu uns kommen, kann seinen ganzen Essbereich, Wohnbereich, Polstermöbel komplett planen lassen. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie im Küchenbereich, wo eine komplette Küche nach den Kundenwünschen gestaltet wird. Und das Gleiche können wir auch bieten im Wohnzimmerbereich. Wir von der Firma Nehmann wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und freuen uns auf euren Besuch. Das ist für heute nicht. Wir von der Firma Nehmann sind uns auf euren Besuch. Wirken wir uns auf euren Besuch. Wirken eine82-Fraktion. Wirken uns auf.